Hallo und herzlich willkommen bei der muhenden Seuche hier bei der Minecraft 4G, zusammen mit mir, Steve. Hallo. Und Rhea. Hallo. Jetzt schleichen wir langsam voran hier. Hier ist gerade etwas ziemlich... Ja, schon sehr peinlich ist passiert. Oh, hier sind überall Spawner. Ah, nein, nein, Goblins. Wo ist der Ausgang, wo ist der Ausgang, hier. Hi, 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 die lachen. Die lachen, ich baue zu. Die lachen dich aus. Ha, 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 machen die. Mist, wie ich das hier... Ich lasse hier. Ich gehe mal ein bisschen tiefer, vielleicht ist es da besser. So, was ist hier so los? Hallo, Party. Party hart. Da ist Licht. Das ist eine Kiste. Komme ich zu der Kiste? Ich komme genau bei dieser Freikisten runter. Oh, das ist ja geil. Ich habe gerade eben einen Eimer gesucht. Oh, Rüstung. Oh, Samen. Kartoffelsamen, den ich die ganze Zeit im Moment hatte. Ich nehme Samen mit, ne? Ich lasse das komische Fleisch hier, das kann ich sowieso nicht essen. Rehblase, ne, die bleibt hier. Ein Kupferhammer, eine Axt, Axt, Axt. Das brauchen wir alles nicht. Scheiß drauf, was wir hier. Was gibt's hier? Holz einmal brauchst du nicht, ne? Nö, nö. Davon haben wir drei Stück oder so. Alles klar. Dann bleibt das alles hier. Was ist denn da hinten weg? Das musst du meinen Hund eigentlich. Brauchen wir Leder? Ich habe noch einen Schürferrucksack gefunden. Yay. Soll ich hier mitbringen? Ja, mach mal. Scheiße, das ist das hier. Was lasse ich denn hier? Was lasse ich denn hier? Erde. Ich habe noch Erde. Warum habe ich Erde im Winter? Verstärkstes Brecheisen, sonst brauchen wir nicht, ne? Und Stahlblatt brauche ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. Sag ich mal so. Das Leder kann ich natürlich schon gebrauchen. Dann lassen wir was für hier? Scheiße. Ein Stahlblatt ist für Rüstung und so. Da kann man, glaube ich, sogar spitzhacken. Ja, aber kein Platz. Ich lasse mal den Feuerstarter hier. Ich habe noch Schneebilder dabei. Vielleicht kann ich noch eine Kiste irgendwo plündern, ohne dass mich jemand sieht. Hallo, hallo. Aber wenn ich mal ehrlich bin, Stahlblatt, Stahlblatt, Schwert, zu 7 Eingriffstarten. Hallo, hallo. Oh, hier ist noch eine Liste drin oder was? Was ist das? Die Spitzhack ist natürlich schön. Ich habe ein Rewardback, wo ein Rewardback drin war. Ja, hatte ich auch. Ein paar Mal schon. Und dafür habe ich wieder so ein Mottenzerpressenes gehabt. Nein. Warte mal, das eine ist ein Bergarbeiter-Sack, das andere ist ein Schiffer-Rucksack. Ich weiß nicht, das Schiffer-Rucksack passt wahrscheinlich was anderes rein, ne? Als ein Bergarbeiter-Sack. Schätze ich mal jetzt so. Ich habe Melonsamen. Ja, es gibt verschiedene, also das sind verschiedene Backpacks. Da gibt es auch Handwerksrucksäcke und so ein Kram. Du, guck mal, ich habe hier Melonsamen, aber ich kann die nicht anpflanzen. Ja, ja. Melonsamen. Ah, Melonenkerne normale. Geht nicht, sagst du? Nee. Reiz des Halten 1. Braucht man das irgendwo für? Was ist das? Was kann das? Keine Ahnung. Gut. Gute Frage. Tatsache. Kann man echt nicht. Ich werde hier nicht wieder rausfinden. Alles klar, die Kürbisse können wir nicht anpflanzen, sonst müssen wir alles an Kürbissen retten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Tschüss. Wo muss ich hin? Scheiße, 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 scheiße. Äh, Kürbis. Wo? Kürbis. Oh mein Gott. Melonenkerne, sorry. Oh mein Gott, spawnen die einfach da, ey. Ach du scheiße, ey. Also anpflanzen kann man sie leider nicht. Scheiße, ne, nicht das Ding doch essen sollen. Vielleicht gibt's eine andere Methode, den anzupflanzen, aber ich hab's noch nicht gefunden. Ich pack's ja erstmal in die Kiste, die Samen. Mhm. Den Samen. In die... Haben wir eine Pflanzenkiste? Nein. Ja. Doch, haben wir. Ist doch gelogen, das weißt du. Nein. Okay, hast recht. Oh, wir haben ein Herz im Regal. Ja, ich hab dich reingestellt. Guck mal, ich hab auch ein Herz im Regal. Ah! Ach du. Ah, er streckt mich das Mist, wie ich, ey. Jetzt sind ja zwei Herzen im Regal. Dieser scheiß Goblin Oberritter. Hm. Machen wir mal den See ein bisschen größer hier. Und da, der Goblin Unterritter. Haben wir eine Kiste für Leder? Ja. Äh, ja. Wo? Äh. Ich kann mich grad nicht erinnern, was da dran stand. Aber ich kann's dir zeigen. Ähm. Ach, irgendwas mit Haut. Heute. Mein Hund kimpft gar nicht für mich. Heute. Ein blöder Hund. Heute. Heute. Genau. Heute. Hallo? Noch da? Nein. War er? Ja. Ah! Erst schrei da rum und dann ist es still, ne? Es hörte sich halt an wie so ein Roboter und dann war halt auf einmal alles weg. Was? Es kam auch am PC bei mir. Alles gut. Tü, tü, tü. Äh, ja. Wieso hältst du einen Goblin Unterritter eigentlich soviel aus? Ah, mit dem Hammer macht man das okay. Merkst du euch? Kommt den Unterritter immer mit dem Hammer hauen. Okay. Ach und dann ist es besser, oder wie? Ich bin besser kaputt damit, ja? Oh, ich höre schon wieder. Wie, 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 Fliegviecher. Ach, diese Lauten. Hm. Das war noch krass. Espenholz. Okay. Hm. Da ist Tanjör. Ey, Frösche. Kann es sein, dass wir die schon länger nicht mehr gehört haben? Das kann sein, ja. Frösche. Ribbit. Ribbit. Ach, die. Ribbit. Oh, ein Höhlen-Schleim. Ne, ist ein Labyrinth-Schleim. Hä, ein Labyrinth-Schleim? Was macht der hier? Ich bin doch gar nicht im Labyrinth, oder? Kannst du schlafen, Alex? Moment, ich muss gerade den Steinwerk kaputt machen. Und dann kann ich bestimmt schlafen legen. Jetzt dürfte gehen, hoffe ich hatte. Ich leg mich in die Ecke und... Ja, gute Nacht. Nie? Ja, ich liege. Dauer einen kleinen Moment. Nie. Nie. Er lädt gerade, dass ich schlafe. So, wo kam ich jetzt her? Wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss hier lang. Hier habe ich die Steinwerk getötet. Okay, alles klar. Geh weg. Geh weg. Wo willst du hin? Geh doch weg. Und die. Nein. Nein, nicht darum gehen. Nicht darum gehen. Alter. Das ist doch keine Steine mehr. Das muss ich mit meinem Hammer. Ich muss mit meinem Hammer einfach. Ich muss in den Tod hammern. Scheiße, 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 Scheiße. Der Oberritter ist kaputt. Jetzt noch der Unterritter. Immer drauf da. Bräuchte ich die Säge? Ja. Wir bräuchten allgemeinen Sägen. Was für eine Säge? Säge, ich habe keine Säge. Ja. Du hast jetzt alles weg, oder wie? Nein, ich bin doch was denn? Wolltest du alles weg? Alles gut. Hä? Bist du vorher nicht gestorben mit der Säge? Ach, habe ich schon lange jetzt alle wieder geholt. Ja, aber immer noch dabei, ne? Klar. Ich wollte was für eine Quest probieren. Der kommt der Nächste. Yay, yeah, der Nächste. Oh, Scheiße. Ich muss weiter zurück. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Ge, 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 ge. Nein! Nicht stehen bleiben. Ah, du bist so ein Blä, 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 bläder Depp. Alter, nein. Der kommt ja durch. Der kommt durch. Der kommt durch. Warum kreft mein Hund eigentlich nicht mit an? Das wäre so geil, wenn er mitangreifen würde. Nein, nein, nein. geh sterben geh sterben du alter holzkopf ich musste nur ich habe eine quest fertig gemacht ja ich weiß zwar nicht was ich mit der belohnung tun soll aber ja ja kannst du auch klemmt ja später ich muss jetzt mal rein rein mein buch holen weißt du was man dafür kriegt tollsend alles klar kann ich auch draußen bleiben tollsend das sinnvollste was es gibt wir haben schon zuckerrohrsamen irgendwo in irgendeiner kiste ich meine aber ganzes fertiges zuckerrohr nee wir können es auch noch nicht anpflanzen und dafür ist es noch zu kalt anscheinend wenn ich dahin gehe kommt dann neuer von diesen scheiß rittern tomaten sind schon bei 19 19 weizen und reis bei 17 auf jeden teilweise schon bei 20 25 haben wir ihn für bäume kiefer kiefer glas hier oh nein scheiß droide der alles dazu und noch so einer ah scheiße rennen rennen weiter rennen weiter nicht stehen bleiben misst verdammte ist fuck fuck misst die kiefer fuck 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 kiefer kiefer oh gut wir haben sich eingesperrt ich hau jetzt ab das wird mir zu heikel hier nee kein pop mehr komm ruhig zurück oh man ey und wo kam ich denn hier sind die treppen scheiße auch die minotaurin wieder hier in den stockwerk ach du stand hier sind die laut hatten wir auch irgendwo ne fehler hab ich halt weggeschmissen fünf zucker oder so nein warum auch ne fehler ich kann auch nen fassantyp auf dem weg ja wär cool also wenn ich ne fehler haben könnte wieso willst du ein buch schreiben nein willst du einen bogen bauen? pfeile? pfeile wollte ich für den quest achso bogen tut's nicht haben wir schon so äh da war der irrgarten da war das haus ich muss in die richtung weiter du 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 dann mach ich den bogen zwischen die zwei pfeil äh herzen hast du den pfeil zwischen die zwei bogen? was? äh herzen hä? willst du den rahmen aufhängen oder was? ne das schon bein ins herz ach ja wenn wir jetzt russer jenemals nach hause finden nein stimmt okay der war ja schon beantwortet haben wir die frage schon geregelt Mief regelt Neuespruch Mief regelt Mief regelt das Mief regelt Mief regelt Mief regelt Mief regelt Mief regelt Mief regelt hat. Aber anscheinend muss man die im Inventar auf jeden Fall. Ich dachte, die ist completed, aber man kann sie nicht abgeben. Guck mal, bei Julia waren auch noch ein paar Samen in der Truhe. Ich hab noch Samen dabei. Eingelagert in großen Keramikgefäßen. Ah nee, Mittel. Oh, Leder. Kleines Stück Malachit. Soll ich mitbringen? Nee, ne? Ich hab keinen Platz für. Das ist ein Fasan. Ich töte jetzt die Fasanen, ja? Ja, ja. Ich hab Federn. Oh, Fasanen. 13 Stück aus dem Fasanen gekriegt. Ist halt ein Fasanen, ne? Der hat schon ein paar Federn. Oh, Kartoffelsamen. Hier ist ein fliegendes Schloss, Alter. Alles klar. Der nächste Boss. Keine Zeit für. Ich muss mal ganz schnell die Samen anpflanzen, die ich da gerade aus der Truhe geholt hab. Ich baue hier Kürbisse ab. Vielleicht geht das mit den Hammer schneller. Nee, auch nicht. Karotten. Haben alle mal Karotten, Karotten. Klar. Ah nee, das war Mais. Ah, ist klar. Karotten, Mais. Wo ist der Unterschied? Das bei ist zu gesund. Beides Gelb, Orang. Ja, du verstehst, was ich meine. Ja. Gut. Ich verstehe immer, was du meinst. Easy No Noom. Easy No Noom. Oh, oh, Tomate 14. Oh, 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 Tomaten wachsen. Na, der Kohl wächst auch ganz langsam vor sich hin. Grüner, roter, gelber, weißer? Ähm, äh, ähm, ähm, ja, Weißkohl, nehm ich an. Nimmst du an, oder weißt du? Äh, warte. Weißkohl. Ja, weiß ich. Steht auf dem Schild. Ach so. Dafür habe ich Schilder angelegt. Um hinter den Schildern herzulaufen und nicht drauf zu gucken. Ich verstehe. Ja, umsonst die Arbeit gemacht. Das ist natürlich, ja, so funktioniert das. Aber wir klären das in der nächsten Folge, würde ich sagen. Okay. Tschüss, Ali. Tschüss.